Hallo, hier ist Ronja und ihr seht ihr euch spielen heute. Werde ein Millionär-Tycoon und wir werden heute Millionäre oder Billionäre oder je nachdem wie viel Geld wir hier verdienen. Ja, Millionäre werden wir. Jedenfalls verdienen wir so viel Geld, wie irgendwie möglich ist und dann können wir einen Haufen Weihnachtsgeschenke kaufen und ist es nicht der Plan, den alle haben. Ja, ja, bitte. Aber wie verdienen wir das Geld, Ronja? Wir verdienen das Geld selbstverständlich hier mit der Geldmaschine, die wir umsonst kriegen. Sind wir die Banknotendruckerei oder was? Wir sind quasi die Banknotendruckerei. Nicht, dass wir überfallen werden. Ich werde uns verteidigen. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du verteidigst uns. Yeah! Und wie? Guck mal, hier sind auch Geschenke, die hier fliegen. Okay, dann nehme ich das mal. Was ist das? Mystery Geldgeschenk. Okay. Du kriegst hier überall Geld geschenkt, wenn du die Geschenke öffnest. Okay. Boah, was? Uh, ich habe 500 gekriegt. Wie viel hast du? Was? Wie viel hast du? Ich habe nur 100 bekommen. Du hast nur 100 bekommen? Ja! Okay. Oh, jetzt habe ich 300 bekommen. Einsammeln. Okay, dann haben wir jetzt hier natürlich noch den Geldverfeinerer. Ich denke, der wird uns auf jeden Fall viel extra Geld verdient. Genauso wie die Geldmaschine 2 und den zweiten Geldverfeinerer. Ja, das sind ja aber wirklich krasse Geschenke, die hier rumliegen, ne? Ohne Witz. Ja, hä? Also wirklich schon. Ne, momentan mehr kann ich mir nicht leisten. Verwende. Verwende zur Verteidigung. Verwende kaufst du dir? Ja, komm. Äh, Ronja, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt hier schon dreieinhalb K, ne? Wirklich? Ja, ja, wirklich. Kein Problem. Ich habe hier nämlich noch das goldene Update. Was? Goldene Update oder Upgrade? Upgrade. Guck mal, hier ist noch ein Geschenk. Willst du das holen? Uh, ich gehe jetzt ein Geschenk. Oh, hier sind überall Geschenke. Hier sind ja wirklich... Hier sind überall Geschenke, ja. Okay, okay. Die waren aber direkt vor deiner Tür hier. Hier, Nummer 1. Die vor meiner Tür habe ich nicht gesehen. Vielleicht kriegen wir andere angezeigt. Nochmal 500. Zack, zack. Uh, was zeigt auch... Oh, die fallen vom Himmel. Auf mich ist noch... Da vor mir sind direkt drei. Ich sehe das. Die sind in so einem Stapel da vorne. Ich bin in so einem Stapel. Nochmal 100. Komm, gib her. Oh, jetzt gibt er mir bestimmt was Schönes für die drei Geschenke. 1.000. 1.000 hast du bekommen. Und 650. Oh. Ich muss aber hier trotzdem erstmal mein Geld upgraden. Hier zum Beispiel... Kleines Upgrade. Weitere Geldmaschine. Die Schuhe sehen so cool aus. Kann ich mal die mitkaufen, die Sachen? Kannst du bei mir mitkaufen? Nee, kann ich leider nicht. Schade. Aber kann ich Geld produzieren vielleicht? Geldmaschine 4. Boah, wo hast du denn die ganzen Geldmaschinen her hier? Ich weiß es nicht. Ich hätte auch gerne eine Geldmaschine, aber die gibt es leider gar nicht. Ja, 4 Gelddruckmaschinen hast du einfach schon. Hättest du nicht? So, dann brauche ich hier 5.000 für die nächste Geldmaschine. Und nochmal den Geldverfeinerer, den kann ich mir sogar leisten. Ja, krass. Dann lass uns mal wieder ein paar Geschenke einsammeln. Was ist das Höchste, was du bisher zum Geschenk gekriegt hast? Ich glaube 1.000. Ja, ich auch. Oh, ich war gerade so kurz vor den 5.000 und dann habe ich die 10 bekommen. Nein. Warte, nein. Die 10 einfach? Die 10. Oh, Mann. Ich bin betrogen. Okay, ja. Wie unlucky. Aber dafür habe ich jetzt einen Double. Ich will die 5.000. Gib mir die 5.000. Okay, die nehme ich. Nehme ich dankend an. Oh, ich habe 5.000 gekriegt. Nice. Yeah. Yes. Okay, das sind Upgrades, Upgrades, Upgrades. Ohne Ende. Jetzt kannst du dir eine ganze Menge kaufen. Jetzt kaufe ich mit drei Geldmaschinen hier. Pass mal auf. So. Nummer eins. Hier, die kannst du kaufen. Zack, zack, zack. Dann einmal das Upgrade. Das ist Geld. Wie viel? Hier sind auch schon wieder 13.000 in deinem Cash-Collector, Ronja. Wie? Okay. Yeah. Hier, Kisten. Die bringen tatsächlich nichts. Äh, was brauche ich denn noch? Noch mehr Kisten, noch mehr Fenster, noch mehr Wände. Hier, Teppich. Hier kannst du doch die Sachen kaufen. Guck mal. Oh ja, hier sind jetzt diese Space Guns. Da kannst du so eine Gun kaufen. So schnell warst du schon durch. Die habe ich mir als erstes gekauft. Okay. Äh, ich habe jetzt eine Owner-Only-Door, aber ich weiß nicht, wie ich die ausschalte. Es kann sein, dass du jetzt hier eingesperrt wirst. Ich habe sie jetzt mal auf frei gemacht. Ich bin gerade mal zu mir rüber, um hier wieder abzubringen. Okay. Upsi, Lazy. Ich kann mich hier immer drauf. Wall Extension. Okay, jetzt habe ich schon eine Etage mehr. Vor allem, wie viel Geld wird denn das? Dann hast du ja irgendwann Milliarden oder sowas hier, oder? Ich denke auch. Okay. Geldpartikelgeber. Okay, nehme ich. Geldpartikelgeber, was? Okay, jetzt, wenn ich rumlaufe, dann kommen so Geldscheine aus mir raus, um zu zeigen, wie reich ich bin. Nein, da ist es auch wirklich. Tommi, da sind dann Scheine. Oder warte ich zuerst mal meine Schuhe an. Ich verliere die einmal wahrscheinlich. Ne, mit den Schuhen bist du so schnell, das ist voll nice. Okay. Yeah. Ui, mit denen bin ich wirklich... Das ist so cool mit den Weihnachtsgeschenken. Das ist ein bisschen schwierig, sich zu kontrollieren mit den Schuhen. Da bin ich ein bisschen zu schnell. Hier, Treppenstufen. Nächste Etage. Zack, zack, zack. Und jetzt... Ah Gott, ich muss die Schuhe wieder ausziehen. Ich komme hier nicht klar. Ich habe die nicht im Griff. Keine Kontrolle drüber. So, wo ist die Geldmaschine, die ich kaufen kann? Ja, das war ich. Hier, Conveyor. Der Clash-Collector. Hier, Conveyor. Das musst du dir holen. Und dann holst du dir hier die Money-Maschine. Ah, hier, Geldmaschine. Hast du genug? Genau, die wollte ich. Perfekt. Perfekt. Oh, hier, man kann oben einsammeln. Das ist richtig praktisch. Ich habe das Gefühl, so viele Tycoons haben das nicht. Und dann muss man immer runterlaufen. Das ist richtig nervig. Ja, der da drüben hat schon vier Etagen, oder? Der hat vier. Oh Gott. Der muss richtig reich sein. Okay. Dann brauche ich hier noch Wände. Zack, zack, zack. Gut, dass du so hoch springen kannst. Ja. Kannst allem nicht. Warte, nein. Ich bin in seine Honor-Tür gelaufen. Ups. Hoppala, bist du tot? Ich bin vielleicht ein bisschen tot. Schade. 100 Prozent. So, Geldverfeinerer. Einmal hier. Was denkst du, bringt mir mehr? Ein Geldverfeinerer oder noch eine Geldmaschine? Ich glaube, eine Geldmaschine. Eine Geldmaschine. Ja, ja. Okay, dann spare ich auch. Die ist auch günstiger. Die ist sogar günstiger? Ja. Alright. Money Machine 3 wolltest du dir gerade holen, ne? Ich wollte mir Money Machine 3 holen. So ist es. Zack, zack, zack. Und dann komme ich eigentlich noch durch deine Tür rein? Ja, ja, du kommst rein. Ich habe die eingeschaltet, damit du... Ah, danke. Okay, sehr nice. Damit du nicht wie von dem anderen einfach gehackt wirst. Geldverfeinerer Nummer 3. Zack, zack. Da wird jetzt richtig feines Geld rauskommen. Hier, noch mehr Geld. Uh, ich habe jetzt den Cash Producer. Ich weiß nicht genau, was der macht. Was ist der Cash Producer? Ist das nicht auch so eine Geldmaschine? Es ist aber keine Geldmaschine in dem eigentlichen Sinne. Es heißt anders. Sieht ein bisschen aus wie ein großer Wasserhahn. Ja, ja, ich sehe das. Ich bin ja bei dir. Kommt 400 Euro Bündel raus. Okay. Alles klar, nehme ich mit? Ja, ja. Komm, ich mache mal hier und da. 400 Euro Bündel. Zack, zack. Ah, Nummer 2, alright. Wie viel Geld haben denn die anderen? Ich habe nur 19.000. Nee, du hast 800. Okay. Hier, der eine hat 11,1 Milliarden. Siehst du das? Milliarden. Hier, Mini-Schoko-Rolls. Okay, den für 40 kann ich mir schon mal kaufen. Den produziere. Was, den kannst du mir schon kaufen? Hm. Alter. Ich war nur fleißig. Ich habe gerade 5.000 bekommen aus dem Geschenk. Aus dem Geschenk? Ich gehe jetzt auch nochmal Geschenke suchen. So, ich hoffe auf große Geldsummen hier. Wahrscheinlich werden es wieder 10. Aber ich hoffe auf große Summen. 2.000. Es sind wieder 10. Oh mein Gott, ich habe 100.000 zum Einsammeln. Boah, ich glaube, wir haben auch bald genug. Oh, krass. Das heißt, wir könnten wahrscheinlich bald die nächste Etage bei dir bauen. Wahrscheinlich. Okay, wir haben jetzt hier nochmal ein Geldproduzierer. Und ein Refiner. Oha, okay. Krass. So, zack, zack. Nein, hast du jetzt den für 60.000 gekauft? Ich habe jetzt den für 60.000 gekauft. Hast du nicht getan. Hast du nicht getan. Und den Refiner hast du dir auch geholt? Kennst du? Und zack. Ah ne, die kann ich mir noch nicht leisten. Boah, das Geld, das kommt von selber mittlerweile. Es verdient sich ganz von allein. Oh, ich glaube, das hier holt mich ab. Die Gelddekoration, wo einfach so ein Haufen Geld drauf liegt. Na gut. Den habe ich mir schon geholt. Den hast du mir schon geholt? Ich habe jetzt hier eine Rampe. Yeah. Aber noch keinen extra Stock. Äh. So, was ist das? Guck mal meine Etagen an, Ronja. Ach, das ist der Hut. Warte, wie viele Etagen hast du? Ich muss kurz die Rampe hoch, dann kann ich das sehen. Oh, du hast drei. Yeah. Okay. Okay, okay, okay. Ich habe jetzt angefangen, hier meine nächste Etage zu bauen. Nicht schlecht. Kostet nur 30.000, das geht doch eigentlich, oder? Ach so, ja. Das sind doch Peanuts für uns, ja? Das ist wirklich wahr. So, Wände, Fenster. Nightfenster habe ich nicht. Habe ich schon, aber ich habe mein Geld noch nicht eingesammelt. So, zack, zack. Einmal hier Fenster. Und die nächste Etage ist auch mit drin. Yeah. Yes. Du kommst hier so hoch? Cool. Okay, jetzt brauche ich nur noch... Ah, hier ist der Haufen Geld, da können wir baden. Okay, Collector ist kostenlos. Ich brauche hier irgendwo einen, äh... Oh Gott. Oh, ein Bankiertisch gibt es jetzt für 25.000. Tatsächlich, lass mal sehen. Ich will mal kurz einmal das Geld abholen. Der ist in der dritten Etage. Sag mal. Hier. Oh, den kriege ich umsonst. Ich kriege hier einen Banker. Alles klar. Okay. Klasse. Every night. Dankeschön. Der verwaltet jetzt dein Vermögen. Der verwaltet mein Vermögen. Der legt das wahrscheinlich an, dann kriege ich mehr Geld. Ich würde gerne hier meine paar Millionen in Aktien investieren. Ach so, ja. Okay. Aktien sind out. Aktien sind out, sagt er. Ja. Wir sollen jetzt Käse kaufen. Käse, Käse ist ganz, ganz modern. Kannst du dein ganzes Geld in Käse angelegt? Wenn so schöne Parmesan rollen. So ganz viele von diesen... Du, das gibt es so wirklich. Ich weiß, das gibt es wirklich. Was habe ich jetzt hier eigentlich gekauft für... Also auf jeden Fall Geldzeichen davor und ich denke... Uh, 2000 kriege ich da jedes Mal. Okay. Dankeschön. Wo hast du die nächste Stage oder was? Moneymaker. Ja, ja. Ich habe jetzt hier oben vier Moneymaker gekauft und die machen mir alle... Ne, fünf. Die machen mir alle 2000 pro Stück. Alles klar. Okay. Danke. Ich kann einfach 100.000 einsammeln oder sowas. Ganz entspannt. Was? Okay. Jetzt habe ich... Oh mein Gott. Ich habe sieben von den Dingern. Nein. Hör auf, Ronja. Was ist denn los bei dir? Warte, das muss ich mir jetzt auch holen. Hast du das auch? Nee, jetzt hole ich mir das aber. Das ist so richtig frech. Ist das so krass oder was? Hä? Ist das einfach so Gelddruckmaschinen? Das sind einfach... Aber anders. Also die unten, die Gelddruckmaschinen, die sind ja schon... gut am Arbeiten. Die machen ja immer ihre 400 Mäuse. Aber das sind 2000. Und jetzt kann ich mir noch einen schönen goldenen Hut holen. Oh, je, je. Sieht der edel aus. Und eine Sonnenbrille. Hast du dir wirklich einen goldenen Hut geholt? Ich habe mir einen goldenen Hut geholt. Die Sonnenbrille kann ich leider... Ich habe die Sonnenbrille jetzt auf. Die Sonnenbrille... Nein, jetzt sind meine Haare weg. Ich bin auf RemoveHeads gegangen, um meinen Hut auszuziehen. Und jetzt sind meine Haare weg. Jetzt habe ich den Hut auf, auf meine Glatze. Ich sehe richtig doof aus. Ah, ich bin ganz oben bei mir. Oh no. Oh mein Gott. Es ist schwer, diese Treppen hochzukommen bei dir. 300.000. Ach, hier bist du. Ronja. Ja, die Haare sind einfach unter dem Hut. Nee, die sind ab. Da, die sieht nur so aus. Die sind weg. Hier, jetzt wird es langsam teuer. Jetzt kosten die ganzen Sachen so 200.000. Aber dafür kann ich gleich Gold droppen. Eine Million kostet der nächste. Wie viel kommt hier raus? Wie viel gibt der mir? 5000er Scheine. Okay, 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 okay. Eigentlich ganz gut, aber... Hier fehlen aber noch einige Sachen hier, ne? Ja, ja. Was hier zum Beispiel... Oh ja, ich habe hier das Ding nicht. Das Ding nicht. Und das ist sehr, sehr gut. Ist das sehr, sehr gut? Ja, ja. Ich kann mir hier den wilden Kopf aufsetzen. Au, au, nein! Warte, habe ich dich getötet? Nein, entschuldige mich. Aber, nein, 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 danke schön. Ich habe jetzt meine Haare wieder. Vielen Dank. Ach so. Ah ja, kannst du mich dann auch noch mal kurz... Ich kann mich auch noch mal hier abmurksen. Genau, mach mal. Warte, warte. Ich habe jetzt gerade nur das Normalo-Schwert. Irgendwie so richtig funktioniert. Ich will mir mal kurz ein besseres... Voll dir mal ein besseres Schwert, ja. Ja, die Neon-Space-Schießwaffe. Mach mal. Yeah, die ist nicht schlecht. Und? Einmal noch. Dankeschön. So, zack, jetzt hast du auch wieder Haare. Ja, und wir sind super reich, ne? Wir sind super reich. Absolut. Wer von uns hat denn jetzt mehr Geld, Ronja? Wie viel haben wir denn? Du hast... Oh mein Gott. Du hast 986.000? Habe ich das? Ja. Nicht mehr. Ich hatte fast eine Million, oder? Guck dir das an. Da, eine Million neben meinem Namen. Ich bin quasi ein Millionär. Nicht nur quasi. Ich bin ein Millionär. Ja. Verdient sich von selber. Zack. Nummer 5, Nummer 6, Nummer 7. Der Banker investiert dein Geld bestimmt auch gut. Ich denke auch. Seitdem ich den Banker habe, läuft alles hier sehr viel besser. Ja. Also, vor Bankerzeiten waren es hier, weißt du, hartes verdientes Geld. Guck mal, jetzt geht hier das Cash einfach. So, aber vor allem verdienst du ja wie in einer Minute oder so, verdienst du schon wieder eine Mille. Ich weiß, ich will. Ja. Okay, eine Leiter. Das geht wirklich ab. Mit der Leiter kommst du in den nächsten Stock? 500.000 Safina. Es muss eine perfekte Leiter sein. Die ist aus purem Gold, Ronja. Wahrscheinlich ist die aus purem Gold. Belegt mit Diamanten. Oh, ja. Okay, hier. Zehnkarätigen. Fenster. Eine Million kostet die nächste Etage. Okay, dann. Hab ich mir gegönnt. Hast du dir? Hab ich mir gegönnt. Hast du gerade eine Million einfach? Ich habe gerade eine Million einfach ausgegeben, ja. Okay, ich habe mir jetzt eine Leiter geholt in die nächste Etage. Okay, ich muss mir noch meine nächste Etage kaufen, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich bin mir sicher, der Banker. Ah ja, der hat hier gute Arbeit geleistet. Hat er? Wie viel hast du jetzt? 1,5 habe ich jetzt noch. 1,5 Millionen? 1,5 Millionen. Ja, sehr verständlich. Wo fanden wir von Renaissance hier? So. Alter, Ronja. Dann hier einmal das Doppelding. Da laufen jetzt bei mir 10.000 Euro oder Dollar laufen mit einem Ding drüber. Wirklich? 10.000, ja. Oh, damn. Ich brauche hier noch einen Sammler. Wo ist denn? Gibt es hier keinen Einsammler mehr von ganz oben? Ich habe jetzt auf den Pümpel. Ich habe jetzt auf den Pümpel. Das ist eine miese Geldverschwendung. Würde ich nicht empfehlen. Blöder Pümpel. Ich habe ihn mir trotzdem gegönnt, weil wir haben es. Wer hat es? Wer hat der hat, ne? Okay, kann man sich ein Wallset kaufen, Cash-Collector und einen Weg, okay? Okay. Ich glaube... Oh, warte mal. Guck mal das Nachbarhaus an. Oh mein Gott, ist das so gigantisch. Was ist denn das da ganz oben? Hä? Nein. Holy moly. Okay. Was geht das? Leute, die haben noch so ein Haus auf den Wolken gebaut. Siehst du das? Nein, stimmt. Hier kein Haus auf den Wolken. Ich fühle mich jetzt ein bisschen abgezogen. Alles klar. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Cash, oder? Hm. Okay, ich habe jetzt noch mal eine Million zu investieren. Hast du noch mal eine Fille? Hier kannst du dir noch mal Double Dropper Section 1. Oh, okay. Okay. Dropper. Dropper. Das nochmal? Hier, zwei Stück. Da ist die Mille wahrscheinlich auch schon wieder weg, oder? Wie viel geben die uns? Ja, da ist die Mille weg. So schnell geht's. Die sind ganz schön gierig mittlerweile mit ihren Preisen. Aber ich verstehe, wer viel Geld drucken will, muss auch viel Geld investieren und seine Geld drücke. Ja, ja, gute Maschinen muss er sich holen halt, ne? Ich wünschte, mein Banker würde sich auch um mein oberes Geld kümmern. Ich weiß nicht, ob er das macht. Bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht brauchst du einen Hedgefondsmanager. Hast du den? Gibt's den schon? Die weiß ich nicht, das war nur ein Vorschlag. Achso, das war ein Vorschlag. Zack. Irgendjemand muss ja arbeiten, weißt du? Ja, eigentlich schon war. Okay, 65.000 habe ich gerade nicht zur Hand, aber dafür kann ich... Hast du gerade nicht? 65.000 haben gar nichts. Hier, der Cash-Kollektor. Zack. Dann können wir uns hier noch einen Weg kaufen. Zack, zack. Und, ach ja. Ähm, in nur, was? 1,2 Millionen können wir uns hier ein Corblox Deathspeaker Morph kaufen. Ich glaube nicht, dass ich daran Interesse habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist das? Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Ich glaube, das ist wieder nur ein Item, was du anziehen kannst, was wahrscheinlich hässlich ist. Ah, je. Meine Vermutung hier. So, Double Dropper Section 2. Dann 70.000 für den nächsten. Ich meine, siebenhunderttausend. Entschuldigung. Die werden gierig. Die werden gierig. Ich sag's dir. Ich glaube auch. Hm. Jetzt bin ich wieder pleite. Ich bin so neidisch auf den Links. Ich würde der gern einbrechen. Meinst du, das kriegen wir irgendwie hin? Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat einfach Onas Dorn. Dann können wir auch mit den Schuhen nicht mehr rein, so hoch wie das Ding ist. Dann ziehe ich mir auch mal... Wo sind denn meine Schuhe? Wo gibt's die Dinger? Die waren ganz unten, oder? Schuhe sind ganz unten, ja, ja. Ich versuch mal mein Glück. Warte, warte, warte. Sagst du sie? Geht nicht. Ach, diese blöde Onas Tür. Wollen die irgendwie umgehen? Ich glaub nicht. Ich würde halt gern mal reingucken, oder? Wir müssen selber so groß bauen. Ich denke, es gibt, äh... Ich versuch's auch mal mit den Schuhen. Vielleicht geht das ja irgendwie. Aber warte, komm ich nochmal mit. Bei welchem Haus bist du? Äh, neben dem ganz, ganz hohen. Mit dem Mond direkt drüber. Okay, nee, das ist sehr knapp. Hier auf die Wand hoch. Und dann... Bist du über die Wand hochgekommen? Oh, hoppala. Bist du da? Ich hab grad was ganz Dummes gemacht. Ich bin grad unter die Welt gehüpft. Was? Ich bin über die Wand, jetzt bin ich unten drunter. Nein, ich seh dich. Hi, Ronja. Nein, Hilfe. Ah, du bist auch unter... Hi, ja, ich hab dich gesucht. Ja, wie kommen wir jetzt hoch? Du hast, äh, wieder mal keine Haare. Ja, siehst du, ich wollte eh sterben. Wir müssen hier einfach einmal kurz... in den Todsegeln. Zoom. Ich bin tot, ich bin wieder respawned bei mir. Und ich hab jetzt viereinhalb Millionen. Den kann ich mir hoffentlich was Cooles kaufen. Einen. Double Dropper Section 2. Juhu. Insane Dropper. Okay. Okay, wir haben jetzt hier einen Insane Dropper nach dem nächsten. Die bringen uns alle 20.000. Wir sind hier quasi, äh, reich wie sonst was. Da die Easy jetzt aus dem Spiel herausgeschmissen wurde und sich hier Nathan einfach reingemogelt hat. Nein! Und hier einen Platz eingenommen hat. Ich glaube, wir passen nur vier Leute auf den Server. Ähm, was ist mit dieser Folge, wenn es euch gefallen hat? Lass gerne einen Daumen hoch da und dann, äh, können wir sowas vielleicht nochmal machen. Und schaut unbedingt bei der Easy vorbei. Yeah. Ich hoffe, ich habe nämlich auch viele coole Videos und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.